Wie gelangt eine Nachricht durchs Netz? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Lia hat einen tollen Falken gesehen und möchte ihn ihrem Freund Ole schicken. Untertitelung des ZDF, 2020 Ihre Nachricht wird an den nächsten Funkturm übermittelt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020